Der Vergolder Der Herbst, als Bote unterbrach, erschaffend dabei manch Gemälde, das wie von Zauberhand bei Händen entstanden beinahe über Nacht. Doch gerade wie es auch selbst im Leben Vergänglichkeit, ganz ohne Frist, wenn manches Mal auch Stimmung trießt, blickt man ins Morgen, um zu gehen. November, Aschenkram, die Nebelfelder, umhüllend Täler, Hügel, Wälder, so ungleich dabei auch manch Stimme. Im Jahreslauf, wohl über Nacht, wie dünstes Blattgold, federleicht, ganz sacht, bedeckend bis dann zu Boden fiel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.